Hallo, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares. Wir sind gesättigt, das heißt... Vielleicht eventuell... ...können wir... Hm, hä? Erstmal weitergehen, jetzt weiß ich mal... Ich trau mich nicht, auf den Boden zu gehen, weil wenn hier diese ganzen... ...Kisten rumstehen... Vielleicht ist da wieder sowas wie bei den Schuhen? Ich trau mich nicht, ich weiß nicht, ob hier... ... sowas gucken los ist. Also vielleicht nicht, aber... Weiß nicht. Oh Gott, hier sind schon Blutflecken, super. Und da ist ein Wagen... Äh... Kann ich da hin... Komme ich da hin gesprungen? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Ich glaube, ich muss noch mal warten, bis das Schiff ein bisschen kippt. Oder auch nicht? Ich bin doch gerade schon fast bis vorgesprungen... äh, gesprungen... gefahren, mein ich. Nein! Ah, warte mal, vielleicht kann ich den auch einfach schieben, oder? Ich denke irgendwie immer viel zu kompliziert. Ich habe gerade nur, weil ich den Boden nicht gesehen habe, gedacht, das ist ein Abgrund. Ich hätte halt auch einfach Licht machen können, um es zu sehen. Ob da ein Abgrund ist. So, da werden Messer gewetzt. Gehen wir mal kurz in Deckung. Ich glaube, da kann ich leider nicht hochklettern. Ich glaube, ich komme hier auch nicht anders rein, das Hei ist. Hm. Ich sehe nichts. Shit. Jetzt glaube ich auch keinen. Ne. Okay, ich versuche mich mal reinzuschleichen. Ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, was hier wartet. Ah ja. Ah ja. Hier haben wir überlegen. Mh. Mh. Komme ich da überhaupt rein? Hier? Ja. Okay. Oh Gott. Okay. Okay. Ich glaube... Hier muss ich irgendwie schauen, dass ich unter den Tisch nur so lang komme. Wenn der gerade nicht hinguckt. Ich dachte, da geht es unten lang durch, aber, äh, ne. Okay. Okay. Dann versuche ich doch mal hier lang. Dreh der jetzt ne Runde? Weiß ich nicht. Oh Gott, dieses Gekeuchel. Oh shit. Wups. Das wollte ich nicht. Eh, was liegt da? Ah, ein Fischkopf. Okay. Ich versuche mich mal hier unten drunter zu schlagen. gleich. Oh. Hoffentlich sieht der mich nicht. Äh. Geh weg. Oh Gott. Geh weg. Oh nee. Jetzt bleibt der da auch noch, oder was? Oh. Kacke. Warte mal. Da ist abgeschlossen. Mh. Stimmt. Ich glaube, ich muss von irgendwo einen Schlüssel holen. Okay. Lass mich mal kurz überlegen. Wie mache ich das denn jetzt am dümmsten? Geh weg. Geht der jetzt wirklich weg? Okay. So, ich glaube, da komme ich nämlich nicht lang. Das heißt, ich glaube, ich muss hier hoch irgendwie. Nein. Oh Gott. Kann ich da lang ohne das? Ich würde nämlich gerne das anzünden. Ja. Okay. Gut. Das geht. Ähm. So. Jetzt möchte ich mir irgendwie schaffen, dass ich... Puh. Yes. Rennen. Und... Okay. So. Ist vielleicht so gut. Ich habe mir überlegt, wo muss ich denn jetzt lang? Okay. Ist auf jeden Fall hier irgendwo oben auf den Balken lang. Die sind auch noch nicht so ganz genau. Oh Gott. Alles okay? Geht's Ihnen gut? Ah, nee. Ich glaube, ich muss irgendwie hier rüber. Fuck. Nein. Ist was doofes. Ha! Dabei lief es so gut. Ich nehme halt echt keine Gelegenheit aus, ne? Dass... Dass ich da irgendwie... Jeden Absturz, der geht... So. Okay. Versuchen wir's nochmal. Ich versuch's jetzt einfach langsam. Und... Achso. Ich weiß gar nicht. Ne. Hier lang geht's eh nicht, ne? Da ist ja dann... Da ist gleich der eine Balken da dazwischen. Das heißt, ich muss sowieso hier lang. Okay. Gut. Ich mache mir jetzt erstmal Licht. Ich weiß nicht, ob das doof ist oder nicht, aber... Oh Gott. Ich kann halt nicht unnötig Lärm machen, weil ich bisschen Schiss habe. Hey, was ist los? Oh mein Gott. Lass mich in Ruhe. Kommt der jetzt hier hochgeklettert? Nein. Kacke. Wo ist er? Hä? Wo ist der? Kommt der? Nee, der läuft da nach unten rum, oder? Oh Gott. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Das ist jetzt echt... Jetzt hat er mich. Oh. Erstmal auf dem Klo. Hier ist es entspannt. Hier bleibe ich. So. Mal überlegen. Äh... Ist hier irgendwas? Weiß ich nicht. Ein Wichtel. Okay. Oh Gott. Ich trau mich nicht Licht anzumachen, aber ich sehe hier vorschlich. Shit. Oh, da ist der Schlüssel. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich kletter einfach mal weiter. Oh Gott. Ich russere mich nicht. Nein. Schmidt. Es war schrecklich. Oh Gott. Ich russere mich nicht. Oh Gott! Ach. Okay. Ach. 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 Okay, ich versuche mal runter zu klettern wieder. Da ist der... Äh... Kann ich ihn einfach... Warte... Ah! Äh! Mist! Äh! Los! Ich trau mich nicht. Ich hab immer ein bisschen Schiss, dass der gleich wiederkommt. Ah, ich glaub das... Okay, warte. Stimmt, ich muss jetzt, glaub ich, den Aufzug nehmen, weil ich nicht... Ähm... Ich komm, glaub ich, nicht auf dem gleichen Weg wieder zurück wie ich... Äh, wie ich, äh, hochkomme. Schade. Schon wieder ein Wichtel hier irgendwo drin. Ach so, ja, jetzt bin ich ja hier wieder. Wo sind die Wichtel? Okay, jetzt muss ich irgendwie wieder zurückkommen, diesmal mit dem Schlüssel. Hilfe! Ich glaub, es sind die ja zu zweit, ne? Gott. Ich hab echt Schiss, das... Scheiße. Mist. Geh weg! Geh weg! Vielleicht sollte ich doch lieber unter dem Fisch lagen. Vielleicht seh ich da besser. Ich hab ein bisschen... Oh! 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 Ah! Ich weiß nicht, ob ich jetzt grad was gehört hab. Okay, ich versuch's mal so rum. Ah! 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 Oh Gott! Oh! Ich blab jetzt einfach kurz hier oben. Ich glaube, ich hätte jetzt auch einfach rennen können, aber ich habe echt Schiss. Oh Gott, geh einfach weg. Bitte. Oh Gott, dieses Gekäuche. Oh Gott. Okay, ich weiß, es ist noch nicht vorbei, aber... Trotzdem, ich habe echt ein bisschen Schiss. Ich habe jetzt gerade das Schloss mitgenommen, das brauche ich gar nicht. Hä? Kriegt sie es trotzdem? Okay, keine Ahnung. Oh, da ist eine Wurst. Okay, ich weiß nicht, ob ich die Wurst brauche. Scheiße. Ich warte jetzt mal kurz hier drin. Kommt jetzt jemand? Das hört sich so an. Ah, warte mal, ich glaube, ich komme da oben rein. Okay, äh... Nein? Oder auch nicht. Wenn ich mich ein bisschen anstelle. Okay. Ähm... Ah ja, warte mal, diese Würstelkette. Ich glaube, da kann ich irgendwas... Wo ich dann klettern kann oder so? Mal gucken. Ich muss... Oh Gott. Ich muss dann da weiter... Ich glaube, das reicht noch nicht. Ich glaube, da braucht er mal noch mehr. Hä? Warte mal. Okay, dann muss ich von da hoch... Ähm... So. Okay, so. Jetzt geht es nämlich einmal nach oben. Puh. Und dann... Ach, wie war denn das? Ich muss auf jeden Fall einen von den Säcken da... draufkriegen. Okay, da geht es nicht weiter... Ich mache jetzt erstmal hier die Lampe an. Ah! Sehr schön. So. Ähm... Nee? Kann ich da... Nee, da komme ich nicht wieder raus. Okay. Schade. So. Wie war das nochmal... Ah, warte mal. Ich glaube, ich kann... Hier kann ich, glaube ich, hochklettern. Und dann... Und dann... Oh Gott. Nein! Ach shit. Okay doch mal neu. Hä? Hä? Wie ging denn das nochmal? Also mein Plan ist jetzt, dass ich... Ähm... auf das andere Stück... Fleisch drauf springe, damit das nämlich runter geht. Hä? Okay, irgendwie geht das nicht. Oder beziehungsweise ich kriege es nicht hin. Ah! Aber das ist schon eigentlich der Plan, glaube ich. Nein? Oh Gott. Vielleicht muss ich länger schwingen. Vielleicht bin ich mal wieder ungeduldig. Ja. So. Dann kommt das nämlich hier hin. So. Aber wir brauchen noch... Das... Oh Gott. Eklig. Ähm... Hier noch irgendeine andere? Weiß ich nicht. Hm. Oh! Ah! Da ist noch eins. Okay, dann brauchen wir... Glaube ich... Okay, dann brauchen wir doch nicht das, was da hängt. Ich glaube, dann reicht es, wenn die beiden Sachen... Egal. Ich probiere das gleich mal aus. Dann werde ich es ja sehen. So. Ja. Probieren wir das mal aus. Mal gucken, ob es funktioniert. So. So. Okay. Okay. So. Okay. So. Okay. 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 Ich glaube ja. Ich muss jetzt nur kurz warten, bis das Schiff sich wieder ein bisschen kippt. Und... Nein! Oh, zu kurz. Ich bin schon wieder zu ungeduldig. So. Noch kurz. Obwohl, eigentlich ist fast egal wahrscheinlich, oder? Weil die Würste... Nein! Ist ja nicht gesprungen. Ah! Hilfe! Mit. Hopp. So. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Obwohl, eigentlich kann ich es ausmachen, wenn hier so ein bisschen Licht ist, ne? Äh... 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 Ich bin noch nicht ganz sicher, wo ich jetzt hier... was ich jetzt machen muss. Versteckt mich erst mal hier. Sicher, sicher. Hm. Okay, warte mal. Hier ist ein Waschbecken. Ah, da ist ein Hebel. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Das war jetzt... ziemlich... doof. Ah, ich bin zu treten. Okay. Neuer Plan. Erst Hebel ziehen und dann verstecken. Nicht andersrum. Oh! Nein! Oh Gott. Geh da rein, bitte, please. Versteck dich. Oh, Gott sei Dank. Was passiert jetzt? Ich bin grad... Hm, Käse. Nice. Okay, cool. Geht der weg jetzt? Kann ich dann... ...möglicherweise... Okay, die Frage ist jetzt, wie weit geht der weg? Weil ich hab jetzt ein bisschen Schiss, wenn ich jetzt rausgehe, dass er dann, ähm... ...mir sofort hinterherkommt. Ich weiß nicht, muss ich noch hier an den Hebel irgendwas machen? Ne. Puh! Ah, ich glaub jetzt... Okay, warte. Ich glaub ich muss jetzt... Warte! Du, der du das jetzt hier anguckst! Warte jetzt! Okay, ich glaub jetzt muss ich... So... So... Ich hoffe, der findet mich jetzt hier nicht. Ich weiß gar nicht, was jetzt eigentlich der Plan so richtig ist. Also wahrscheinlich, dass ich... Ah... Jetzt Editor, könnt ihr losgehen. OK, ich glaub ich muss hier durch. Bin mir nicht ganz sicher... Aber ich glaube, ja... ... Gott! Das ist schon ein bisschen eklig. Na toll. Also ich bleibe jetzt glaube ich einfach kurz hier hocken und hoffe, er geht wieder weg. Okay, ich kann da hochklettern. Rein theoretisch. Ihhh. Eww. Ich bin jetzt echt noch nicht so ganz... ich muss wahrscheinlich hier auf den Knopf drücken, aber was passiert dann? Ah! Ah! Scheiße! Nein! Ah! Okay, ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt der richtige... ob das überhaupt der Plan jetzt war. Aber vielleicht... Warte mal... Ich will ja kurz überlegen. Aber hier geht es ja jetzt glaube ich gerade nicht weiter sonst. Das heißt, wahrscheinlich ist das, um den wegzulocken... Der... Ah! Da ist der Schlüssel auf dem Tisch. Oh, den habe ich nicht gesehen. Okay. Gut. Dann... Dann weiß ich den Plan. Es ist nur die Frage, kann ich ihn oben setzen? Oh, der ist so eklig, ne? Okay. So, das heißt, wahrscheinlich wäre es gut, wenn ich dann einfach da durch das kleine Fenster verschwinde. Nein! Oh! Ich kann mich da nicht verstecken. Scheiße! Okay, ich verstecke mich kurz hier. Oh Gott sei Dank! Ich habe schon ge... Ich habe den nämlich schon... Oh nein! Scheiße! Shit! Ah, ich hätte direkt rennen müssen. Ja, super. Kacke! Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Okay. Äh... Hier. Äh... Mach bitte! Mach bitte schnell! Ich habe ein bisschen Schiss! Nein! Ah, direkt. Oh mein Gott! Oh mein Gott, dass das geklappt hat! Äh... Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass das klappt. Oh! 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 Puh! Okay! Sehr schön! Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle ein kleines Bräuschen und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin! Tschüss! 今 We happen. Dann die California Eurobes. Wir arbeiten. Wir arbeiten Immer konkurren? pins her um screaming sketches!